Sauberkeit des Geheges Das ist halt immer so eine Sache Guck mal was das macht Was macht der? Boah ist das wasser dreckig Was du? Hilfe ein Schnorchel Ähm was ist denn das hier? Ernährungszustand? Wollt ihr mich verarschen? Sauberkeit Wieso kümmert sich denn hier kein Tierpfleger um die Scheiße? Schaffen die überhaupt irgendwas hier? So warte mal Ja du kriegst jetzt hier Wer bist denn du? Azubi Ja super Das ist halt auch Gehege Anstellung Ich hab noch einen Fockenbegriff Nee Arbeitsbereich das ist jetzt dein arbeitsbereich jetzt stellen wir noch einen machen genau das gleiche arbeitsbereich kein erreichbar vorschuss zentrum heran weiß ich nicht so machen die jetzt die niedelfärte sauber jetzt bin ich wieder hier weggerutscht man spielt wie süß ist das denn bitte mal sauber machen mal aufräumen mal putzen mal machen mal tun danke fürs gespräch echt so dasselbe machen wir jetzt hier bei den elefanten da schnappen uns jetzt einfach zwei wo sind ihre eingang war doch irgendwie unten drunter war denn der eingang zu denen war denn nicht hier so sehr schön der hat jetzt den arbeitsbereich so ihr zwei kümmert euch nur noch hier um das gehege die habe ich doch gerade eingeteilt oder nicht die epigale das ist schmerz so bei den giraffen die 15 hierfür zuständig und ihr kriegt das nicht gebacken wollt ihr mich eigentlich verarschen springbock und links wieso kämpft denn ein springbock mit der giraffe wollte mich veräppeln wo sind hier die männlichen springbock mit der giraffen alpha äh tschüss auch süß guck mal wie süß ist das denn eine baby giraffe wollte ich sauberkeit ernährungszustand ihr wollt mich doch echt veräppeln oder könnt ihr jetzt hier bitte mal füttern alter so wildhunde selbe spiel in grün wo seid ihr wo ist der alpha das weibchen ist der alpha ja dann musst du halt gehen zapp 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 so anfang ist das wir machen jetzt hier kurze 15 was ist denn mit dem ernährungszustand ich habe immer noch nicht geguckt elefants staubesauberkeit ja super echt es ist zum kotzen es wird sogar schlimmer habe ich hier strom ne natürlich nicht ich habe nirgendwo strom wo ich ihn brauche muss gucken dass ich hier irgendwie noch zu strom kommt wenn ich hier mal was erkennen würde würde ich mich schon viel wohler wenn ich hier immer was erkennen würde wäre mir schon viel wohler Was? 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 Ne, Wasseraufbereitung, nicht Transformer. Transformers. So, ein Mitarbeiterweg, bitte. So, wie viel Strom bietet uns jetzt das Ding? Gar keinen, oder was? Ich muss mich verarschen jetzt. Doch, hier ist jetzt Strom. Dann können wir hier ja jetzt wieder sowas hinsetzen hier. Ach, die sind auch wieder unterwegs. Vollhonks, echt. Wenn wir mal ein Stück beiseite gehen hier. Ist hier Strom? Ja. Da können wir ja hier auch noch ein paar Tafeln hinsetzen. Kann ich die jetzt... Die Portion gehe ich. Und da ist das. Da ist so. Da ist so. Da ist so. bildungsstatus setzt sich doch mit den dings hoch oder nicht was war hier noch mal drin hier habe ich aber wieder kein strom nur hier kurz vor knapp egal dazu aber scheiße geregelt mit strom et cetera obwohl hier müsste ja strom da sein ja hier ist strom das heißt hier kann ich tafel hinsetzen ich weiß nicht für was das war jetzt wenn die wildhunde oder was hier ist gar nichts drin doch da die hyänen tüpfel die ähneln meine kohle super nichts kaufen weil ich ins minus geraten aber es steigt gut dann müssen wir einfach nur ein bisschen warten in der hoffnung dass ich aus dem minus wieder rauskommen aber im moment sieht es nicht danach aus ich könnte höchstens die karten müssen verteuern aber wo waren das noch mal ja wenn es geht ist da kaputte barriere nein bei den nilpferden wir müssen wieder reingehen Geh mal wieder rein. Warte mal, wie krieg ich denn jetzt hier die Trocken wieder weg? Ja, das ist natürlich jetzt richtig geil. Können wir das Tier bitte mal eintöten? Super, jetzt habe ich kein Geld, um den Zaun zu reparieren. Ich werde gerade wahnsinnig. Ihr braucht nicht durch die Tür gehen. Das Wasser im Gehege muss gereinigt werden. Oh, ey, Freunde. Wasseraufbereiter, nicht genügend Geld, ja, ist klar. Da habe ich jetzt auch gar nicht drauf geachtet, so gar nicht. Jetzt läuft es da rum. Das Ding ist auch am Arsch. Hier wird überhaupt nichts repariert. Die Leute, die, äh, kriegen Geld und laufen nur dumpf hier rum. Hier sieht es auf den Straßen aus wie die Sau. Wo ist eigentlich mein kack drittes Nidpferd? Ich hatte doch drei. Alter, Minus 12. Aus dem Minus komme ich nie wieder raus. Was ist eigentlich mein kack drittes Nidpferd? Kommen wir noch mal auf meine... Alter, hier... Ich habe die Karte richtig... 1,1. Oh, bitte, komm, noch ein Punkt. War jetzt hier ein Techniker da? Nö, immer noch nicht. Ich raff das nicht. Techniker wurde angefordert und der kommt überhaupt nicht. Wie komme ich denn noch mal auf die, ähm... Auf meine Übersicht vom, vom Dings. Wo waren das? Das war hier, glaube ich, gell? Mitarbeiterzufriedenheit, äh, 95%, ja, ist klar. So, jetzt wurde das andere Nidpferd auch eingefangen. Ist mir gar, ob die Tickets jetzt teuer sind. Ich muss aus dem Minus wieder raus, verdammt. Guck mal, ich spüre mal ein bisschen vor jetzt. Alter, Minus 22. Ich komme aus dem Minus nicht mehr raus. Schön, diese Safarifahrt ist äußerst beliebt bei den Besuchern. Wegen dir können sie die Wildnis Afrikas regelrecht spüren. Und wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, auch riechen. Ich weiß, es gibt hier unheimlich viel zu tun. Aber wenn du fertig bist, habe ich ein wirklich herausforderndes Projekt für dich. Zum Teil, weil ich nicht da sein werde, um dir Rat zu geben. Ich bereite eine Reise in die Arktis vor. Und das nimmt all meine Zeit in Anspruch. Vielleicht beziehe ich dich da auch mal mit ein. Szenario freigeschaltet, enge Kiste. Gut, ich drücke mal hier gerade auf Pause. Der Zoo hier ging, ich habe auf die Geldmittel nicht aufgepasst. Ich glaube, da sollte ich in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe einfach drauf losgekauft und das war nicht so gut. Ähm, aber wir können jetzt weiterziehen in den nächsten Zoo und wir machen das auch. Ich habe ja gesagt, einen Stern brauchen wir. Und ähm, den haben wir jetzt gerade so bekommen. Alter Schwede, das war jetzt sauknapp. Und das heißt, wir ziehen in der nächsten Folge dann weiter zum nächsten Zoo. So, wir können ja schon mal ganz kurz gucken. Warte mal, ich speichere mal gerade. Ne, den speichere ich nicht ab. Den speichere ich nicht ab. Äh, wir teasern schon mal, äh, was ist dann als morgen, äh, wo es dann hingeht morgen. Hä? Da bin ich mal schwer gespannt. Heyo! Heyo! Ähm. Oho! Meyers Seeinselzoo. Okay, mehr sage ich dazu noch nicht. Da sitzt auf jeden Fall ein Eisbär. Irgendwo. Wo sind wir denn da überhaupt? Äh. Italien. Wo sind wir denn da? Das ist eine gute Frage. Biografisch bin ich die absolute Niete. Wir werden es sehen. Ähm, ja. Angeteasert seid ihr. Da gehen wir dann morgen hin. Und ich hoffe inständig, äh, wenn das Ding schon heißt enge Kiste, dann wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Wird sowieso jetzt immer. Und ich hoffe, dass wir das dann auch wieder einigermaßen geregelt kriegen. Das, äh, jetzt diesmal war, hm, naja. Ich hoffe, euch macht's immer noch so viel Spaß wie mir auch und, äh, euch hat's ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ich vielleicht, äh, anders machen sollte, wenn ihr euch damit auskennt oder, ja, so Sachen halt. Schreibt mir einfach ein bisschen was in die Kommentare. Ich lese eure Kommentare immer gern. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder hier. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Schönen Abend. Und ich sag tschö. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020